Ach du Scheiße, jetzt gibt's schon wieder so einen Müll. Naja, was soll's. Viel Spaß! Junge Mann. Die Kirche muss weg. Junge, du Bastard, was tut sie mit meinen Jordans? Was guckt's denn, du Hurensohn, mich so an? Ich mach dich kaputt. Bastard. Tod für Mozart. Mozart muss sterben. Er hat den Tod verdient. Tod für Mozart. Geschlechtsverkehr mit der Leiche von Mozart. Junge Mann. Darf ich Ihre Nasenhaare kosten? Gott schütze Sie. Ich auch. Dankeschön. Frage, dein Steif. Dein Steif. Ja, ja, Steif. Ausgezeichnet. tot für mozart kann man in diesen schalen auf die abgetrennten eicheln meiner feinde lagern danke gott schütze sie mein sohn diese kunst ist überaus spirituell dankeschön du silberner hund junger mann du gesicht konnetto 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 darf ich ihre nase essen gott schütze sie die kirche muss weg äh junger mann die kirche muss weg äh ist sie weg die kirche muss weg weg mit der kirche speaker schocker macht gute videos sag mal wenn ich lüge ja so danke fürs ansehen dieses videos ich bedanke mich erstmal für die gastrolle in max adlers ins video gebt einen daumen hoch wenn ihr mehr sehen wollt und abonniert naja danke für's ansehen und gott schütze meine eingeweide und Buh! Frrrrret! Mer! Woo! Woo! Woo!